Musik Wenn es ein Bild für Nachhaltigkeit gäbe, wie sähe es aus? Wie kann man Nachhaltigkeit auf 4x3 Metern darstellen? Und zwar mit Materialien, die nachweislich ressourcenschonend sind. 20 Schulklassen haben sich dieser Aufgabe gestellt und Ideenskizzen an Schwörerhaus geschickt. Die 5 Besten wurden ausgewählt für den Schwörer-Azubi-Wettbewerb. Nachhaltig-kreativ für den Schwörer-Umwelt-Check auf dem Schwörer-Nachhaltigkeitstag 2012. Aber was ist das überhaupt, Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit bedeutet für mich vor allem, also eben mit dieser Umweltverschmutzung und dass man einfach auf die Umwelt auch achtet. Man darf so viel nehmen, wie es wieder nachwächst. Und man soll die Sachen nehmen, die recycelbar sind und man kompostieren kann. Dass man Sachen jetzt so weit importieren soll, dass man es regional nehmen soll und so die Umwelt schützt. Nachhaltigkeit ist für mich, dass es jeden etwas angeht. Jeder soll zur Nachhaltigkeit beitragen. Es beginnt klar, um Umweltschutz zu recyceln und so weiter. Es geht aber auch über zur sozialen Verantwortung gegenüber anderen und gegenüber der Umwelt. Jeder geht anders an das Thema heran. Die Klasse 6b der Realschule Gammatingen zum Beispiel, unter anderem mit Äpfeln. Gelegt wird hier ein Eisbär als das Sinnbild des Klimawandels. Eimerweise Gras verwendet die Klasse 6d des Gymnasiums Gammatingen in ihrem Bild. Drei Stunden hat jede Schulklasse Zeit, ihr Kunstwerk zu vollenden. Und diese Klasse hat sich schon stark mit dem Thema beschäftigt. Das ist eine Landschaft und da sind halt Schilder und das sagt halt, dass man keine Atomkraft und nachhaltige Energie benutzen soll. Orangenschalen für den Biomüll. Daneben entsteht ein Papiermüllcontainer. Mülltrennung gehört für den Gammatinger selbstverständlich zur Nachhaltigkeit dazu. Nebenan ist man inzwischen schon weiter. Unter die Klasse 6c der Gustav-Messmer-Realschule legt wiederverwertbare Baumwolltaschen aus. Motto, wir haben die Zukunft in der Tasche. Die Botschaft liegt in den verwendeten Materialien. Baumwolltaschen haben die Schüler im Vorfeld angemalt und zusammengeheftet. Weil die kann man halt auch nachher wieder benutzen. Nicht so wie die Plastiktaschen, die werden ja auch aus Erdöl hergestellt. Und ja, dann, das ist halt auch Verschwendung. Die Klasse 6b des Gymnasiums Münsingen verwendet Moos, Erde, Rinde und Äste. Ausschließlich natürliche Materialien also. Wir haben an die zwei Seiten der Welt gedacht, diese Umweltverpestung. Und deswegen haben wir eine Seite schlecht gemacht, das wird dann diese. Und die andere Seite wird die schöne. Und unser Bild heißt, die zwei Seiten unserer Welt, wir müssen uns entscheiden. Weil entweder werden wir weitermachen mit unserer Umweltverschmutzung oder wir werden jetzt mal aufhören und wieder uns um unsere Welt kümmern. Sie haben bereits gewonnen. Die Klasse H6 der Münsterschule Zwiefalten hat den Sonderpreis der Jury erhalten. Jetzt dürfen die Schülerinnen und Schüler außer Konkurrenz ihr Werk präsentieren. Eine Szene aus dem Biosphärengebiet. Denn die Schule hat seit Jahren eine Patenschaft für die Wacholderalp. Dieses Bild stellt die Landschaftspflege mit Schafen dar. Schützen durch Nützen, das ist gelebte Nachhaltigkeit. Regionale Produkte unterstützen, auch das ist nachhaltig. Deshalb hat sich die Klasse R6, ebenfalls Münsterschule Zwiefalten, ein sogenanntes Regionalregal ausgedacht. Wir denken, dass wir regionale Sachen nehmen und wir das auch weiterverwenden. Organisiert haben die ganze Aktion die Azubis von Schwörerhaus. Das Unternehmen hat sich nämlich ganz der Nachhaltigkeit verpflichtet. Umweltschonende Produktion, energiesparende Häuser, langfristige Partnerschaften. Auch die soziale Verantwortung gehört dazu. Die will auch der Firmennachwuchs übernehmen und hat deshalb Schüler in das Projekt mit eingebunden. Wir haben ja ein Kooperationsschulenschwörerhaus und wir wollten die mit einbinden, da Nachhaltigkeit ja auch aufs Soziale ausgerichtet ist. Und dadurch wollten wir die Schüler mobilisieren und auch den Schülern die Nachhaltigkeit nahe legen. Und jetzt hatten die Besucher die Qual der Wahl. Es galt unter den fünf Legebildern die besten auszuwählen. Mit Holzchips, die in die Wahlurnen eingeworfen werden konnten. Das Ergebnis, Platz 3 für regenerative Energien und Mülltrennung, Gymnasium Gammatingen, Klasse 6a. Platz 2 für die zwei Seiten der Welt, die Klasse 6b des Gymnasiums Münsingen. Und hier die Siegergruppe und ihr Bild. Das Regionalregal von der Klasse R6 der Münsterschule Zwiefalten. Herzlichen Glückwunsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017